und weiter geht's bei let's play monster hunter online jetzt mit drei prozent mehr high look at me er ist ja also das bild hat schon was aber warte mal dann machen wir gleich einen screenshot draus passt denn heider wollen wir mal sagen wollen wir los oder was du musst lauter reden du musst wirklich lauter reden das geschenke bekommen die geschenke bekommen naja ob nix Das ist die Frage, ob dich jemand liebt, da ist die Antwort nicht. Nein, ich glaube nicht. Geh mal? Ja. Aber du redest wirklich leise, also du hast vorher lauter geredet, normal. Okay, okay, das ist so. Ja, das ist so, wie ich jetzt, glaube ich, nochmal weiterreden werde. Das ist nicht hilfreich, Alter. Du bist nicht hilfreich! Ja. Hm. Act rashly. Okay. Wie kann das Fia nicht lauter machen, zum Kotzen? Dann bin ich halt diese kleine Stimme, die sich ein Gewissen nennt. Ja, es ist unglaublich nervig beim Let's Play, wenn du da an Fetzen nicht herkommst. Ah. Ich muss bewusst laut sprechen. Das ist a drag in the pain in the ass. Ja. So. So. Ähm. Sollten es manche Leute noch nicht krallt haben? Ja. Wir haben den Server gewechselt, weil wir jetzt strong sind. Deswegen haben wir von vorn anfangen müssen, aber innerhalb von zwei Tagen habe ich das geschafft, was ich vorhin zwei Mochen geschafft habe. Okay. Man könnte es auf Effizienz schieben, ich schiebe es auf mein Hai. Bruder, ich habe alles getan, um nichts davon abzuhalten. Nein. Doch. Nein. Ich habe dir mehrmals gesagt, dass du scheiße bist. Aber moralische Zerstörung hat dich nicht... Interessiert. Ja. Ja. Dann wirf mal ein Hai getränken. Das wird dem Haider wieder Haas und dem Haider ist Haas. Haas Haas Haas. Haas Haas Haas. Haas Haas Haas. Das Let's Play hatte Nivea. Jetzt hat es Nivea. Okay. Okay. Was sagt der Haider zur Ausweichrolle? Hase Blend. Lauf in einem Hawken... Oh, der kommt doch. Also wirklich. Oh. Geht schon, Vieh, ich mach ihn fertig. Tötet ihn. Geht nur ab, Alter. Flashback. Jetzt geht's auch ab, hä. Bitch. Peace. Okay, und inwiefern sollen wir jetzt das Vieh legen? Oh. Das gibt genug für uns. Over HE für... Warte mal, wir sollen HE Munition verwenden? Und sie ist sauer, sie ist sauer, dass die... Wir müssen den Fetzen erstmal wieder covern. Wie auch immer das funktionieren soll. Mit Liebe, Magie und noch mehr Liebe. Ihr wirft das Vieh ihr schon mit Mälchen. So, jetzt probier mal, das Vieh zu taunen, ja? Look at me, du scheiß Vieh. Ich drücke X, aber es passiert nichts. Hm? Wenn X aktiv ist, sammelst du verdammt viel von den... Ja, das lustige ist, ich kann auch... Oh je. Leckfett, das war knapp. Warte mal, Heider, darf ich das... Achso, na, warte mal, er ist ja schon da. Er ist ja schon neu, ist ja gekommen. Die Frage ist, da geht der Munition mit. Au. Der Hotman nicht toucht. Niemand toucht mein Wuhl außer mir. Crap. Da war er, so voll Slime. Mhm. Okay, wenn er vorbeischwimmt, seine Seitenflossen interessieren die nicht. Oh, dass sie nicht draußen hat. Aber weißt du, wenn das Vieh jetzt schon so groß ist... Ja? Die Siot. Ja, ich freu mich echt auf den Pläsiot. Und dann kommt der Bodyjack. Von Pläsi. Jesus. Ja, sehr käsig. Ja, genau, warte mal, er springt nach rechts. Aber ich stehe links von ihm, deswegen wäre weggeworfen. Die Hitbox hat es teilweise bei den Viechern. Ja, allerdings. Ja, der wird denn da gleich. Wohle, du bist auf Aufnahme. Entschuldigung. Züge deinen Magen. Entschuldigung. Du musst nicht alles essen, was du vor dir siehst. Das sind Würfel. Das ist eine große W6. Das Todes. Of Doom. Of Destruction. Darkness of Death. Heider, ich wirf eine Soundbombe dann gleich mal. Wenn er noch da bleibt. Ja, Moment. Und... Ich komm außer. Die ganzen Bomben sind besser neben mir, das auf der PSG. Ja, logisch. Schau, jetzt hast du endlich diese elende Limitierung weg, dass die PSB original keine Rechenleistung hat. Aber dafür, dass die PSB halt keine Rechenleistung hat, schaut das Spiel halt so pipifein aus auf der PSB. Weißt du, wie es sich das nennt? Mhm. Hass? The next generation. Mhm. Weißt du, diesen Move machst du auch immer. Plötzlich auf den Bauch legen und wegrocken. Nein, mach das am Rücken. Also... Der ist gegen die Flügele. Richtig. Der hat's. Cool, wir haben rote Schärfe im Bustern mal. Aufs Klo. Geh, schau mal da hin, du Fetzen-Fisch! Wie viele Schaden machst du? Auf die Füße 60 bis 50. Auf dem Kopf 80er-Hits, auf der Schwanzflossen 100er-150er. Ich mach am Körper 80er-Hits und am Füßen 50er. Mhm. Voll aufgeladene Schwert. Buja, kein Schaden. Ja, das ist mein Standard, wenn ich voll auf leute, Alter, dann rockt's. Warte mal, ich hab noch eine Bombe. Sekunde. Und... Komm, haußer! Okay, ich hab grad einen massiven Hit kassiert und ihr warst nicht vorher. Dieter. Hm. Interessant. Wo steht denn eigentlich der Lauch? Ja, bei ihr. Und sie legt sich wieder auf, dass sie sich nicht in sein Geburtstag erinnert hat. Wann, weil er ist bei ihr? Ja. Ah, okay, er wird bei mir nicht dann gezeigt. Und der haut sich grad ab. Uwe, Uwe. Ja, genau. Ein Doppel-Uwe, um genau zu sein. Duwe? Doppel-Uwe, Duwe. Du, du hast... Du hast Uwe. Du hast Uwe gefragt. Du hast Uwe gefragt. Und Uwe hat Peter gesagt. Willst du, bist der der zerscheidet? Uwe sein! Ah, fett. Ah, fett. Hm. Black Angel ist Level 3. Die müssten uns eigentlich so hassen. Gut, dass sie nie zuschauen. Ja. Wohl doch. Bulla, du hast 72 Mal getroffen. Ich hab 86 Mal getroffen. Hm. Haben wir mehr Schauen gemacht? Ja, 55 Prozent der Schaden. Ich hab 44 Mal getroffen. Das ist schön. Ja, okay. Du hast endlich fertig geladen. Halleluja. Ich sag da mal Hai. Ich glaub dir wohl was von dir, mein Hai. Ähm, mich hat's rausgehört. Wir wollen den Lord. Again. Gut. Ah. Little. Shit. Hm, wir müssen zum Trainer hin. Wup, wup. Oh, was will man denn? Ja, erfolgreich aufs Maul bekommen. Immerhin. So, während du da wartest, warte mal. Support Study Arms Talent. Ordinary Talent Book. Wo ist das Arms Talent? Das erste? Was? Nein, nein, nein. Study Arms Talent. Dann wär's das Noviz Training, glaub ich. Das Noviz Training? Soll die da eins machen? So, geh hin und zeig ihm dein Advents oder irgendwas. Da kannst du mit ihm im Training auch nochmal mit ihm reden. Warte mal. Set off. Training course. With the most reliable comrades hunted. Aha, das kann ich nur noch machen. Egal, mach ich das irgendwann mal. Das soll mir auch recht sein. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich hab mir vorher Käfer geglaubt. Ob das schon die richtigen Käfer waren für die Verbesserung vom Schwert. Kann ich gar nicht so... Du kannst dich einfach Käfer glauben, Wule. Oh doch, hey da. Killer B-Lava. Es hat ge... Ah, warte mal. Doch! Killer B-Lava. Aber wir zwar... Für das blaue Schwert... Was noch? Na, Blödsinn. Das ist das große, grüne, gute Schwert. Für das blaue brauchen wir... Hey, Hunting Spider-Hairs. Hey. Ja, ich vermute, das ist die andere Spinne dann. Super Spinne. Hm. Weil das jetzige Schwert einfach verbessern, war doch auch nicht so verkehrt, oder? Ja. Du es. Ja, ich brauch noch zweimal kleine Krabben-Shells und zwei Killer B-Lava. Das heißt, wenn wir bei der nächsten Quest, äh, wenn ich da wieder Killer B-Lava kriege, ähm... Gehen wir einmal Krabben hauen. Was hast du gesagt, bekomme ich das Blitzschwert raus? Das ist die andere, das ist das mit der blauen Schärfe. Zumindest steht im... Im, im Wiki, im, im, im... ...Schwert-Tree, dass das Blitzschwert macht. Oh ja, das brauch ich ja nicht. Ja, aber dafür müssen wir diese anderen Hai-Dinger kriegen, und die kriegen wir noch nicht, weil wir das Viech noch nicht dafür haben. Dann werde ich leiden. Ist da eigentlich schon wieder online? Ich bin egal, ich hab's gerade reingeschafft. Weißt du noch, als du gestern dich so amüsiert hast, als es mich ständig rauskommt hat am Anfang, und dann wärst du dran. Oh, da, 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 na. So weit lassen wir das Niveau nicht sinken. Doch. Was lernt man draus, Wuhle? Wahnsinn, kommt vor dem Fall. Na, ich soll die Bappen häuten. Was sollst du die Bappen häuten? Ich kann jetzt zu Euren reden. Ja, du musst beide anbabbeln, dann noch einmal zu ihr. Gut, aber ich war's zumindest, wie ihr das Schwert verbessert. Mit Liebe! Mhm. Warte mal, ich muss mal schauen, bitte, die Missionen. Man, wenn wir die große Krabbe hauen, kriegen wir, glaube ich, genug kleine Krabben auch noch dazu, oder? Hm. Vielleicht? Vielleicht auch nicht! Hm. Wollen wir jetzt die nächste Plotquest machen, oder wollen wir die Krabbe hauen? Weil bei der Krabbe müsste man die Käfer auch noch kriegen. Bist nur Krabben geil. Ja, ich will das Schwert nochmal verbessern. Also. Es ist dein Let's Play und ich steck bei meinem Instructor. Ja, dann machen wir nochmal die Krabbe. Ehe Zuschauer sollen ja ein bisschen gequält werden. Ich hab euch ganz toll lieb! Identity Compensation, what? What, what, what? So, wenn's losgeht. Oder wenn wir losgehen. Hast du jetzt beim Trainer irgendwas gemacht? Na. Das ist nur von den Nebenquests. Okay. So, was brauche ich noch für mein Langschwert? Also, wenn du das jetzige Schwert verbessern willst, das ist das da linke. Die waren, wenn die gleich sind, die Schwerte. Ich will aber nicht das linke, ich will das Blitzschwert das richtig. Ja, schau, wir kennen ja beide Bauern. Ich wär eh, ich will ja auch ein paar da haben. War, solange mal die Spinnendinger nicht kriegen, möchte einfach nur stärkere Schwerte haben. Abschied. Vor allem hat's, vor allem hat's, vor allem hat's elendig für grüne Schärfe. Bei Verbesserung zumindest. Ich weiß nicht, wie das bei dir ausschaut. Ähm. Übrigens, der Schmiedefetzen steht da da bei mir jetzt. Ohle. Ich werd mein Hapsschild so zurichten, wie ich mein Hapsschild zurichten will. Hm. Mann, das Ding ist dann eine große Klaue. Und das andere ist... Oh mein Gott, schaut das geil aus. Oh mein Gott. Das Schwert mit der blauen Schärfe... Oh Gott, ich will das haben. Es ist das jetzige Spinnenschwert noch in violett. Oh, ich will das haben. Ich brauche fürs eine Schwert noch einmal die Krabbe, zweimal Ghost Hunting Spider Shell und viermal Erdkristalle. Ja, ich brauch zwei Killer Bee Larves noch und entweder fünfmal High Hunting Spider Hears oder zwei Larven und zwei Small Shield Krab. Ja. Oder erstens Hidded, zweitens... Oder laufen wir so weiter, oder? Ja, mach mal die Krabbe. Fuck it. Schau, weil du brauchst dann sowieso die Spinne auch noch. Die brauche ich dann auch noch. Warte, 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 warte. Ja, ja, ich muss noch abgeben. Aber wenn wir die Spinne dann haben, weil dann... Ja. Also hau mal die Krabbe, weil dann hau mal die Spinne auch wieder schneller, wenn ich eine Stärke raufen hab. Oder und du. Naja, bei mir wird's dauern. Ich brauch noch Erdkristalle, wo ich immer die auch wegkrieg. Naja, obbauen meistens, he? Ja. Steht eigentlich jeder dabei. Was für ein Levelgebiet brauchst du denn bei den Dingen? Ähm... 20 bis oder 1 bis 20? Gehst du auf das Item und dann sollst du ein Tooltip kommen, sozusagen. 20 zu 40? Warst. Das sind die Gebiete, wo wir dann jetzt laufen. Ja, dann... Was jetzt? Also... Bei der Krabbe ist das Gebiet 21, also das dort gehen. Ich brauch... Ich brauch... Ja... Bei der Krabbe brauch ich dann halt nur die... Die Klaren... ...Kristalle. Gut. Ja, ich brauch die Klaren Schilde und die Killer B-Lovers. Passt. Also wenn wir die Krabbe machen, Bounty Board. Äh... Ja, ich schau mal. Da gibt's sicherlich was zur Krabbe. Mhm. Ja, gibt's da. Trial. In der Trial. The Difficulty in Hunting Ground Shield, Crab Crab Shell Damage Shield. Rücken oder Klauen? Boah, das ist die Frage, gell. Und Challenge... Naja, die Challenge war halt einfach auf was. Aber die haben wir noch nicht freigeschalten. Das Vieh in 10 Minuten töten. Wie kann ich die Bounty wieder weggeben? Die ich schon mal wegzude... Auf und nochmal oben aufklicken. Ah, jetzt hast du es... Warte mal, ich nehme mal... Ja, fuck it. Ich nehme mal die Trial an. Vielleicht hat der Hammer ja was kaputt. Passt. Ich merke gerade mein Internet-Spark da bis alle. So, eine Krabbe im Trial. Set off. Jetzt hätte ich sogar einen Hammer. Hallo, Krabbe. Boom, 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 boom. Krabbe tot. Also dafür, dass mein Internet zu spackt ist, verdammt schnell klar. Oh, immerhin. So. Boah, schneller als bei mir. Du cheatest, ja. Hast du ne Schockfalle mit, oder? Ja, warum? Das Ding ist nämlich nicht fett genug. Ja. Ja. Okay, mein Heil. Als erstes will ich kleine Krabben sehen. Also du kannst... Du kannst... Sehr gut. Du kannst ja die große Krabbe... Ich sehe es ja auch schon. Du kannst die große Krabbe bedienen. Ich bediene noch mal kleine Krabben, ja? Ich wollte eigentlich Erdshandten gehen. Ich hab's jetzt nur noch Hallo gesagt. Ja, boah. Wohle. Kleine Kinder schauen zu. Bist du deppert. Alter Schwede, der war gar nicht geplant. So, meine Zuschauer. Wenn ihr jetzt Schwangerschaftsgefühle kriegt. Passt. Boah. Get Mountain Budworm. Okay, ich glaub, das Gebiet ist noch zu klaren. Habels. Mhm. Hast du den Arschwurm bekommen? Mhm. Ja, ich glaub, das Gebiet ist zu klaren. Ja, das Gebiet ist noch zu klaren. Okay. Das heißt, ihr braucht nur kleine Krabben. Wie laufe haben wir jetzt? Dreier. Laufe ins Vierer. Fünfer, Sechser, Siebener. Okay, Wohle. Ich fliege, lande, laufe rum. Warte mal. Warum laufe da ein kleiner, fetter Affe rum? Ich mein. Also. Also. Ich mein. Why? Da laufe da ein Affe rum? Gott, da haben die kleine, kleine. Mama. Ich mag kleine Krabben haben. Mutter. Geh mir Krabben. Ich muss Spielen anstarten. Okay. Iron Ore. Ja, na. Schaut nicht so aus. Na. Das Gebiet ist doch zu klaren, leider. Na, halt der Fell. Jo, wart einmal. Da sind jetzt Bull... Bull... Bullfangos? Eine kleine Krabbe. Sieg. Komm her, du Scheiße. Ich brauch die Dinger auch. Du hast die kleinen Krabben? Ja. Das andere Schwert. So. Ja, aber das willst du doch gar nicht haben. Das ist jetzt so müde wertig. Nein, ich brauch noch eine einzige davon. So. Ja, da ist es bis jetzt nur Akrabbe gewesen. Und das Ding hat mal Blunt-Claw gegeben. Seriously. Blunt. Du hast eine Blunt, Bulle. Smokt die Scheiße. Da ist es bis jetzt nur Akrabbe gewesen. Ja, es versucht sich daran ein Fass zu werfen. Ja, es versucht sich daran ein Fass zu werfen. Ja, es versucht sich daran ein Fass zu werfen und hat sich selbst weggesprengt. Ich war noch nie stolzer. Auf. Mich. Ihr habt gericht. Ja, Black Angel ist einfach so. Ah. Ah, Black Angel ist einfach so. Das aber. Na. Lass mich dich ausnehmen. Gib mir eine Shield. Hm. Hm. Also entweder haben wir Pech, Pech oder Pech. Gibt's denn nicht? Komm's drauf an, meine Verbindung ist weg. Ich kann's dir nicht sagen. Hm. Crystallation Earth. Ist es das, was du brauchst? Ja. 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 Okay, passt. Ja. Ja. Okay, du kriegst's von hier. Das bedeutet allerdings gleichzeitig, dass ich auch wieder manisch noch Geh versuche. Geh. Also. Ich laufe die ganze Partie nochmal zurück. Miep. Vielleicht spawnt die fucking Krabbe ja wieder. Ohne, hast du es abgebaut oder gesammelt? Hei da, leise. Hast du es abgebaut oder gesammelt? Abgebaut. Ersthaft, warum bist du jetzt auf einmal wieder voll leise? Ich spreche nicht anders als vorher. Hm. Skype ist echt. Wobei. Wir könnten das über Teamspeak regeln, weil da passen die Lautstärken. Ja, dann muss ich ständig Maus abdrücken und dann steht das Bild wieder bei mir. Hm? Wenn ich Maus abdrücke, friert das Bild dann bei mir. Das ist so ein Bildmodus. Ja, das war sie. Es geht aber nur, wenn du still stehst. Wenn du in der Bewegung bist, passiert das nicht. Ja, und dann kommt das Bild, wo ich mit gezogenem Schwert dastehe. Hm. Ich muss einfach rausholen. Okay, das ist aber mal mit hilfreich. Es gibt es da nicht. Keine Kram. Da ist das kleine Konger-Fiech. Ich hau dich einfach tot, weil ich es kann. Kreatur. Hol dein Papa und Furz mir an, Alter. Ich schwör's dir. Trau dir. Ah, mei. Und das noch. Ah, mei. Hier, hier, hier. Nein, hier, hier. Hier, hier, hier. Hier, 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 hier. Disk-Stone. Wet-Stone. Get Crystallation-Earth. Hass? Du könntest genauso Käfer sammeln und die ganze Zeit diese scheiß Killer-Bies kriegen. Gibt's hier Käfer? Hm, weiß nicht, muss ich suchen. Hm, ich will mal die große Krabbe hauen. Hey, da ist scheiße. Sehr schön. Ich krieg mir die kleinen Krabbe nix außer. Ich war's doch, der Käfer ist auch irgendwo. Äh, die Krabbe ist nimmer am Anzah. Hm. Hm. Halt, stopp. Ich wäre Bienen. Stopp die Bies. Doch. So, jetzt reicht. Ihr werdet jetzt eine Krabbe töten. Wenn ihr sie findet! Meinst du, der hat sich ins Trauerzug gezogen? Das ist reicht. Das ist Lognathis an. Songbirdstone. Corrupted. Crystal Derve. Woop! Oh Gott, es woopt. Warte mal, da komm ich jetzt nimmer ein, ne? Okay, das Schiff ist zu. Das muss jetzt oben nochmal. Ja, normalerweise ist es in der Seite mal Loch drin, willst du, oder? Okay, oben ist auch keine Krabbe. Okay, Preisfrog, wo ist das Vieh hin? Mir hat grad einen Schwein in den Arsch gestoßen. Ähm. Dinge mit scharfen Kanten. Dinge, die mein Leben zerstört haben. Dieses Bild. Ah! Ich hab die Melnix-Stelle gefunden, wo wir mit dem gestohlenen Zeug. Hm. Die sind Fünfer. Gibt's ja nicht, wo ist denn das Vieh jetzt echt hin? Was hast du gesagt, brauchst du? Die Krabbe. Ah, für Insekten. Killer Pilarva. Hab sie! Und sie hat mich nicht mal angriffen. Was? Die Krabbe? Die Minimap. Hm? Oh! Allkrabbe. Bleib stehen, dass ich dich töten kann. Oder das sind rumfliegende Giftkugeln. Ja, ich weiß. Warum sind da rumfliegende Giftkugeln? Weil Sumpf. Vor allem, du sprintest? Und sie trifft die derwegen. Also hauen wir einfach die, 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 die Scherben. Hau mal die Krabbe dort! Oh, weh. Okay. Okay, ich hab jetzt, glaub ich, alles abgebaut, was ich abbauen konnte. Ich hab ein einziges Mal ein... ...Kristall gekriegt. Drei. Ist mein dritter jetzt. Wie schaut's aus? Hast du Killer P-Dingel gekriegt? Nein. Ich brauch das nur Kristalle. Wenn du, hast du vielleicht schon einmal Killer P-Dingel gekriegt, generell. Nein. Nicht hilfreich! Ja! So. Hat das Ding gerade diesen Sumpf leer gesaugt? Maybe. Ich glaub, das Ding ist immer der... So, ich steh im Gift, und das ist mir wurscht. Und ich kann ihm viel Gott super Schaden machen. Oh Gott! Tschü! Ich bin... Heiler! Ich bin aus der Wichen! Ich bin auf eine gewisse Art und Weise stolz auf dich und dann... So. Sauf das gerade Giftwasser. Hm. Was ist denn das? Was ist denn das Giftblasen? Oh crap. Nimm er, der blockt. Was kann ich nicht? Kann man die Attacke nicht blocken? Vor allem, warum trifft mich das Vieh? Wie soll ich denn immer ausweichen? Mit Leber! Seriously! Wird schon wieder. Ha! Wuhuhu! Wuhuhu! Kommt der Grab her, geh flogen. Setz dich nieder auf dein Hirn. Auf dir einen ganz großen Runde. Oh ja, ich hab sie gestaggert. Au. Oh nein! Hä? Oh, aber die ist... Das war Soft Landing, kann das... Oh. Oh jetzt. Vielleicht ist es ein Zahnzug beim Wegspringen. Hm, kann sein. Ich hab meinen stärksten Schlag rein. Oh crap. Ich fühle mich ein bisschen verwaschen. Hm. Blubbert die Augen von dem... Ja. Nettes Detail. Hallo Brot! Ich hab Krabbe. Nepp. Au. Da wär mal grad die Hand geprallt. Brüll. Hinterjauch. Au. Au. Ach so, deswegen. Hm. Rote Schärfe. Weiß ich. Was wird wehtun? Da gehst du auf mich? Na? Und da fliegst er! Und normal, weil's so schön ist. Bei mir? Ja. Bei mir. Ach verdammt. Fasche Knopf. Jüntergauch. Das viel nervt. Na gut. Ich kann übrigens mal Wirbelattacke machen und diverse machen. Bei mir ist es fast voll. So. Einmal auf die Clowns. Zwei mal. Und... Oh ja. Ich hab sie zweimal auf die Clown erwischt. Jetzt schauen wir mal mit. Na? Oder bricht es einfach mit purer Kraft. Ja, ja. Ja. Blauer Eins ist hin. Zwei ist hin. Zwei ist hin. So geht's noch ein Panzer. Ich spüre Abpraller in meiner Zukunft. Na gut. Okay. Wow. So. So. Jetzt hat's mir endgültig aus dem Gebiet raus. Und das erste was ist, ist ich eine Fehlfarbe und eine Fehlprogrammierung auf die Zulauf. Farrick. So. Bin gleich wieder da bei rein. Oh ja. Hier hab ich's gedrückt. Warum funktioniert das bei mir nicht? Bei mir hat das X und die Hälfte von meiner Leiste aufgefressen. Was ich mit dem Zartag angesehen. Ach, das erklärt vielleicht einiges. Was? Er legt. Ja, die hau hinten aufhört. Ja, 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 aber Blitzkrabbe, äh, Blitzkrabbe, ja, aber Blitzfalle. Okay, ich brauch Antidot. Okay, man, hä, ich werde die Blitzfalle auslegen. Aufs Haus legen? Naja. Oh Gott. Gibt's ja? Ja. Hm. Oh ja. Jüntergauch. Wohle hat nen Bauch. Ich find auch irgendwas zum Abbauen findest. Mhm. Das ist übrigens ein sehr professionell zusammengezimmertes... Ja. Also ich find das, also ja, ich find das, das hat's, also das, ja. Moment, ich lege mal vorne. Das schlafende Viech. Und das schlafende Viech. Ah. Ah. So, aber jetzt. Geht doch. Ich find ja die Logik so brillant. Du flachst in der Blitzfalle. Das schockt ja im ganzen Körper. Aber Hauptsache, du pennst dann ein. Narkotika. Bullshitika. Deine Mutika. Johohoho. Und den Westbreeden zerstört. Nein. Oh, aber looten kann man das wieder. The Featherflies. Wir sollten mal schauen, ob's wieder eine Westbreed-Panzerung gibt, weil die sind jedesmal fancy as fuck. Das sind ja andere Drachen-Panzerungen, die frühen. Mhm. Aber die sind trotzdem fancy as duck. Ja, da sind, da sind Gems da in dem Baum. Ist das so? Ja. Schau her. Komm hierher! I want to see. Oh ja, Tatsache. So, jetzt ist das Let's Play eh schon wieder 35 Minuten lang. Ha. Boah. Man kriegt zwar Klauen. Shield Small... Warte mal. Shield Small Crab Shells. Vom Small Crab Carapace White. Anso, ich krieg davon, was ich brauch. Ich hab zwei bekommen. Ha-ha-Has. Ha-ha-Has. Doppel-Has. Dann sag ich mal Danke fürs Zuschauen, meine lieben Viecher. Und dann bis zum nächsten Teil. Ciao.